Let the music play, hier in It Takes Two. Willkommen zurück und da haben auch den Ben, der mich gleich abballert mit seinem Captain America. Dafür singe ich dir ein mit meiner lieblichen Stimme. Ich kann es nicht mehr hören. Das sieht hier aus wie Herdplatten, aber das ist nur... Was ist denn das überhaupt? Ach nee, das sind so... Okay, man stimmt. Warte mal, muss ich da was machen? Vielleicht kann nur ich darauf. Okay, ich singe. Ich singe und gucke, was passiert. Guck mal, kann ich da... Ich wollte gucken, ob ich selber auch drauf kann. Okay, alles klar. Ich habe nur eine begrenzte... Und jetzt? Hä? Ah. Oh Gott. Meine Kraft geht mir gerade aus. Nein! Hä, muss ich doch mit? Du hast lange überlebt. Muss ich vielleicht anvisieren? Nee, dann macht's ja den. Oder vielleicht muss ich irgendwas draufhauen? Du siehst hier unten meine Anzeige, ne? Wenn ich singe, dann das geht irgendwann weg. Ach so, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich die anderen dann aktivieren kann. Vielleicht... Ach, ich kann mich auch bewegen. Na da. Oh, die Kraft, die Kraft lässt nach. Oh nein! Wie schaffe ich das? Ja gut, aber wir haben es gerade erst rausgefunden. Okay, also, wir machen auf Go, dann singe ich und dann müssen wir die Beine in die Hand nehmen, würde ich sagen. Alles klar. Ja. Drei, zwei, eins, go! Boah, was ich nicht für ein Multitalent bin, ne? Singen und laufen gleichzeitig. War schon recht knapp. Ich kann jumpen und werfen! Sü! Ah, hier sind die Kassetten. Die Mixtapes aus den 80ern. Oh! Wer kennt's nicht? Oh, guck mal! Schalldichtwind-Wandplatten. So wie bei mir im Let's Play-O-Drom hier. Oh, shit. Oh, ne Jukebox. Oh, die ist ganz schön hoch. Wow. Äh, ja, ja, ja. Schönes Licht hier. Ah, darunter wahrscheinlich. Das ist das Mikro! Ich will singen! Oh, nicht schon wieder. Achtung! Oh, da tut sich noch nicht viel. Da vielleicht rein, meine Hand. Ha! Was für ein Ding? Ha! Was denn jetzt? Musst du niesen? Nee, aber du musst niesen. Ins Mikrofon. Achso, stimmt. Dann mach ich mal den. Boom. Passiert da was? Ah! Okay. Das ist sozusagen meine konzentrierte Power. Power! Ich mach hier die Agathe-Bauer. Ähm, was genau tue ich jetzt? Ah, du musst das gleich wahrscheinlich auch machen. Du hast da so ein bisschen Verzögerung drin, oder? Achso, ja, stimmt. Vor allen Dingen kann ich's von hier machen. Ich kann hier drauf zielen, oder? Ja. Boing. Da, siehste. Da rechnet man ja schon gar nicht mehr mit, dass man selber irgendwie was machen kann, was einem selber hilft. Ist hier was? Hier gibt's Nüchte. Hey, ho! Hey, ja! Oh, okay. Ja, dann komm ich mit diesmal. Ja. So. Schön auf die Bassbox. Boom. Pump. So. Sing! Oder mach irgendwas! Was? Ja, ja, ich mach das schon. Ah! Oh, mein Job! Und jetzt? Was denn machen? Keine Ahnung. Ich muss den Knopf hängen. Oh! Geldi! Wo ist dein Grandpa's Jukebox? Rein damit. Du denkst, es funktioniert? Ich hoffe, wir können es gehen. Okay, ist ja lustig. Ähm. Was machst du denn da? Weiß nicht, hab's rauszusehen. Ich helfe mal. Oh! Das hört sich schmerzhaft an. Ey, der Sound, ne? He'd love it. Or hate it. So, ich... Ich möchte gerne, wenn die mal aufhören zu quatschen. Ich möchte gerne eine Szene haben, wo wir eine Platte im richtigen Tempo, äh, wo wir laufen müssen, damit wir das richtige Tempo haben, weißt du? Und wo es dann so die ganze Zeit so... Hm. Ja. Zu eiert, zu schnell ist oder zu langsam. Das ist ja super lustig. Oh, das ist soo'n schönen Flow, ne? Ja, echt cool. Ah! Hä? Haha. Haha. Der DJ. Haha. Ne, den wollte ich mal... warte mal. Haha. 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 Da oben an der Decke ist ein Mikro. Ja, hier unten auch. Ich kann erstmal das unten machen. Ah! Achso, das bringt... Das bringt dich hoch... Ne, was passiert denn da? Was ist denn da gerade passiert im Moment? Oh! Haha. Es bringt dich runter! Äh, ab und nach unten, ja. Ähm... Oh, das oben kann ich auch treffen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ah! Oh! Oh, hier baut sich was auf. Ah! Okay. Boing. Mach ich da was Sinnvolles für dich? Oh! Ah ja, tatsächlich. Hey! Dieser Sprecher hat eine Antenne an ihm. Ich hoffe, er ist mit deinem Mikrofon verbunden. Haha. Aha. Okay, also ich geb den Ton an und du... ballerst was weg damit. Anscheinend, ne? Ist das lustig? Sag, wenn ich soll. Ja, mach mal. Wow! Woo! Das sind die Vokalpipen, die ich erinnere. Okay. Ohohohohohoho! Ach du, einfach nur den Weg freisprengen für dich, ja? Okay. Oh, naja. Na toll. Es tut einmal richtig in der Seele weh, das kaputt zu machen. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wo ich gerade meinen Rechner jetzt endlich zum Laufen verbracht hab. Nachdem er gerade gesagt hat, okay Opa, ich mach das nicht kaputt Da kannst du aber so schalten, oder? Ja, da kannst du vorschalten Ist das lustig Achso, müssen wir Ah, da oben ist ein Mikro Ja genau, müssen wir über den Lautsprecher ins nächste Mikro Okay, ready und, achso, stimmt, muss gleichzeitig passieren Okay Oh, jetzt wie die Anfangsszene aus, schon in die Zukunft Oh Das nenne ich mal in ordentlichem Basse Hör, 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 hör Good work, both of you, you earned the speakers Great, now you can let us out of here Not yet, keep on going You're still missing the mics and lines You're too kind You're too kind Eigentlich heißt das doch Ladies first Ah, warte mal, kann ich das wegsingen? Achso, warte mal, nee Kannst du was Ah, du blockst Ja, okay Easy Kein Problem Kann man hier mal wieder was finden eigentlich Dafür bist du Ja Äh, sehe ich jetzt nicht Gibt's diverse Mikrofonen Also es gibt hier verschiedene Kabels Oh, spielen wir da noch Simon Says Oh Gott Oh, nö Okay, kann ich dich steuern sozusagen, ne? Ich glaube ja Du möchtest jetzt in Richtung B, denke ich mal Ja Nee Nee Okay Okay, dann gibt es sozusagen Schub Okay Ja, ich glaube wir müssen uns für eine der beiden Seiten entscheiden, oder? Ich glaube nicht Oder kann ich da rüber? Ja, ich hätte dich durchaus noch weiter fahren lassen können Ich kann nicht rüber, das wissen wir jetzt schon mal Achso, das ist ja auch ein bisschen höher gelegen da Ja Naja, ich fahre Das habe ich aus meiner Perspektive gar nicht gesehen Ich würde sagen, ich fahre dich rechts oder links rum, ne? Ja, genau Okay, dann fangen wir an mit Mache ich grün? Hm, ja, warum nicht? Ich bin ready Du musst ja zwischendurch noch mit dem Schild arbeiten, ne? Aber das kriegst du schon hin Das war... Mach einfach, genau, mach einfach so Und go Zack Ja So, jetzt machen wir Lüller So, ich mach noch einen Ja, wohl reicht schon Reicht schon Ja, A Nee, Quatsch, wieder C Nee, 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 C Da hat was nicht gestimmt Ich hab doch geblockt Ich war doch der Blockmeister Ja, normal Na gut Jetzt hat es gerade funktioniert, komisch So, jetzt get ready Ja, hab ich Okay, jetzt vorn Oh, ah Das war ja neben Ja Jetzt machen wir A Ach, da ist ich zu weit, jetzt muss ich mit B wieder zurück B Wow Ich seh nix Warte, ich brauch A A Also rot So, und Machen wir noch einen Oh, das ist aber... Ja Ah, jetzt muss die ganze Zeit so bleiben, okay Ja Ist auch gar nicht unangenehm Hui, ich bring dich noch näher ran Das britzelt so schön, stimmt's? So, jetzt bist du raus aus der Gefahrenzone Yes Kann ich rüber Oh, schön am dicken Kabel entlang Der Dicke am Kabel Hey Oh Ach, du schneidest das ganz durch Oh, meine Kamera So, jetzt Ich denke, wir müssen hier rüber Ah, ich komm zu dir rüber, alles klar Oh, hier Ist das Licht auch nicht ganz in Ordnung Ja, wieder hier Schallschutzwände Hopp Ah, alles klar Ja, ja, entspann dich, May Oh, oh, oh Oh, yeah, Gitarrenriffs Incoming Wow, ich hab' nicht wirklich richtig Ach, ist das lustig Ich geb' den Bass vor Oh, achso Oh, achso, ich heb' uns an Willst nicht mitkommen? Ah, ich mach' den Bass grad zu geil Okay, weiter geht's Ah, oh, da kann ich wieder was machen Wozu? Da kommt man doch auch so hoch Wo wollen wir denn hin? Zum Keyboard? Vielleicht? Äh, wo ist ein Keyboard? Hier Ah Ah, ja, hier geht's hoch Nein Ich nicht Ah, okay Man hätte es sich doch leichter machen können Was? Achso Okay, let's do this Ah, ich idiot Oh, das ist ein Wildcid, das ist kein Keyboard Oh, nice Ich hör' gar nix Was? Das ist ein Synthi, oder? Das ist ein Synthesizer Ja, okay Geht's hier wieder runter? Haha Der ist recht leise bei mir gerade, der Synthi, deswegen Ähm, Demo Huch, ach, das kann man reinmachen Was war das denn? Ich hab den Eject-Knopf gedrückt Okay, nice Oh, oh Äh, ja Ach, wir rutschen Oh, schön Arms to sliding I don't like it Boing Oh, ich bin da oben Hey, Cody Give me a lift I got it Are you sure? Trust me I know how to turn knots Aha, du machst mit den Okay, ich bin im 2D-Modus Du machst mit den Sticks was, ja Ich, ich sticke Ah, jetzt, jetzt hört man die Musik Bzzzzzzzz Das ist so ein geiles Level Oh, weia Hier sieht's gefährlich aus Ich buxier dich da durch Keine Sorge Oh, okay Warte, warte, warte Ja gut, das hat ja auch ein Timing Da könnte ich ja auch Aber ich, ich versuch mal Warte, na, zu hoch So Ich bin so ein Audio-Feeler-Mensch Wenn so lustige Geräusche kommen, ne Ah Hops, so Hopp Oh, sieht das geil aus Äh Ach so Oh 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 Was passiert Ah Hilfe, ich rutsch da runter Was denn ist Ach so Dieses Gekrisselt Ist aber auch deine einzige Schwäche, wenn dann Ich denke so Das atmet Oh, okay Oh, oh Hast du was geworfen gerade? Ich hab gar nicht Ja, ja Ich hab Captain America gemacht, ja Und das konntest du nicht, wenn ich nicht gesungen hätte, oder ging das? Äh, ne, ging nicht, ja Erst wo du gesungen hast, ging's auf, ja Gut, das ist eindeutig dein Job Aha Gut, gern mal wissen, was das macht Oh, ist gleich Ah Okay, besser du als ich Ich war jetzt leider im Angriffsmotor Kann ich da wieder raus? Hallo? Ne Entspann dich So, jetzt sing ich Okay Ja, guten Job, Cody Ja, guten Job, May Mir fällt gerade ein Cody könnte auch ein Spitzname für einen Programmierer sein, oder? Im Englischen Ja Okay, das machst du Aha Oh, ich mach mich bereit zum Singen Okay Bin auch noch bereit zum Singen Ich kann da was machen Konnte da was anvisieren Keine Ahnung, was das war Bin's dicht Ah ja Ladies first Wee Achso, ich dachte, ich rutsche Ich dachte, ich auch Aha Da oben Da oben ist eine fette Schlange Warte mal Kannst du genau Ah Hättest vielleicht mit hochkommen sollen Ja, hättest vielleicht mit hochkommen sollen Also ich hypnotisiere die sozusagen Dann Ah Verdammt Kannst du nochmal treffen Damit du die machen kannst Oh, fetter Lautsprecher Oh Du singst und wir rennen Achso Ja Okay, die kannst du nicht alle machen Nee Nee Okay Okay Hey Du hast mich einfach zurückgelassen Achso, da ist ja Ich hab's auch nicht geschafft Keine Sorge Aber ich muss während der Fahrt singen Okay Ja Dann soll wir zusammen jumpen Okay Okay Drei Zwei Eins Go Okay So, okay Hier ist aber ungefährlich, oder? Nein, nee Ist nicht ungefährlich Ich sing mal weiter Ich hoffe, du bist in der Nähe Naja, es geht so Aber ich bin da Okay, jetzt müssen wir jumpen, singen und werfen, ne? Das ist schön Warte mal Was, wie, hier, hier, springen wir ab, oder? Ah, ich dachte, du springst auf Ich hab nur angetäuscht Nein Wirst du, dass ich in die Schlange reinbiege? Ja, aber warte mal Springen wir da richtig weit von dem Ding? Muss ich irgendwo noch ein Mikro aktivieren? Nein Nee Nee, du musst nur singen, dass es aufgehend ist Willst du nicht mal vorgehen? Damit ich sehe, wie es aussieht Nein Ich kann ja selber Nein, du hast mich schon oft genug gefressen gesehen Ich kann ja selber Oh Halt Kriegen wir dich da wieder raus? Nein Schade dann Oh, jetzt holst du mich auch Verdammt Okay, interessant Dabei hab ich doch noch so schön gesungen Gut, also Auf go Eins Nee, Quatsch Drei Zwei Eins Go Jetzt müssen wir Achso, du konntest sie machen Okay Ja Ich dachte, wir müssen uns da ranhängen, während ich noch singe Was, was, was war das? Was für ein Run? Sing doch einfach Mir ist grad nicht nach singen Sing Ah Kann ich auch steuern? Ja, so Ich kann gar nicht singen gerade Oh, oh Oh Gott Ähm, ja Rennen wir eigentlich automatisch? Nee, gar nicht mal Nein, tun wir nicht Oh Oh Ich hab's gerade getestet Ich auch Ich bin runtergefallen Ich auch Nein Ich hab komplett falsch gelenkt Erst links, dann rechts Dann bin ich abgestürzt Aber wir müssen nicht die Beschleunigen-Taste drücken, ne? Wir müssen nur nach vorn drücken Das kann doch so schwer nicht sein Oh Die Elektrizität hier ist nicht Okay, es war die Seite Muss man wissen Ah What? Was jetzt? Ah Greif, 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 R1 Ich singe Nee, ich kann nicht singen Ich versuche immer zu singen Wer weiß, was kommt Weiter geht's Die hat das mit dem Superhero zu wörtlich genommen Naja, du mit dem Marvel-Schild da Captain America-Schild Ja Oh Mich hat's verrissen, weiß nicht warum Links, 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 links Achso Gut, dass du sagst Ich seh doch sowas Ich hab gesehen, wie du in die Spaggit-Schild gelegt bist Oh Gott Oh, komm schon Ach, komm schon Achso Ich hab gedrückt Ja Es wird diejenigen, die diese Schnecke töten Oh, oh 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 Hehe, hab dich überholt Ich war noch Slidend in der Luft auf meinem Schild Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Haha, mit Zunge auch noch Tschüss, Schlange Hi, great work with that microphone Microphone? That was a humongous snake That almost killed us Well, you're still breathing and you earn The microphone Congratulations Now, only the lights are lit Keep on going Come on Wurde eigentlich gesagt Wo wir sind Sind wir im Bandkeller oder so Auf dem Dachboden war das Ist echt? Sind wir immer noch Dachboden? Okay Oh, so viel Knöppe Oh, hey Ich spielte mit diesen ein bisschen, als ich jünger war Ja? Dann zeig mir deine Skills Ich spielte es dann Well, du versuchst es auch Es ist Spaß, Musik zusammen zu machen Okay Okay Let's make a hit, yo Sollen wir hier bei jedem was auslösen, ne? Ach, man muss die abfangen? Ne Ne, guck mal Da hinten auf dem großen Recording Hörst du es? Das ist ja wieder ein Rätsel, was ich nicht so schnell schnallen würde Soll ich was sehen oder soll ich was hören? Hören, weißt du es? Oh, Akustik-Rätsel sind ja noch schlimmer Ich schnall's gar nicht Könnt's ja mal bei dem grünen da hinten ein bisschen rumspielen Ja, das mach ich mal Ne, die müssen anbleiben Also wir sind jetzt die Das, was rechts ist da, oder wie? Welche müssen wir denn anmachen? Ich erklär's mir einfach Ich komm da nie hin dahinter Okay, pass auf Du kannst jetzt Auf diesen Setups Du hörst ja im Hintergrund die Musik, ne? Ja Und je nachdem, was du anmachst Machst du auf der großen Leinwand den Beat länger Siehste? Ich hab jetzt die ersten zwei so ein bisschen eingestellt Kann man hier noch ein bisschen rummachen Und jetzt haben wir genug aktiviert Und jetzt ist der Button ready Aber jetzt können wir erstmal noch entscheiden Ob dir der Beat so gefällt, wie er gerade ist Oder ob du vielleicht noch ein bisschen was verstellen möchtest Ich such ne Vorgabe Es gibt keine Vorgabe Achso, ich dachte Ich zeig dir gleich, wie es ist Es gibt keine Vorgaben Wenn du sagst, dir gefällt der Beat so Sonst können wir Also hier kann man nicht so viel umstellen Da kannst du nur einen Knopf pro Reihe machen Ich bin da nicht so anspruchsvoll Deswegen würde ich sagen Mach einfach Okay Jetzt kommt nämlich ein richtig geiles Feature, Leute Warte, warte, warte Ich will hier noch kurz Bin ja mal gespannt Doch, gefällt mir Ist ein geiler Beat, oder? Läuft Super Starte Also dann komm mit Bei den großen fetten Knopf können wir nur gemeinsam preschern Okay 3, 2, 1, go Und jetzt ist unser Beat Die Hintergrundmusik des Levels Oh, okay Das ist natürlich geil Und dazu kriegen wir noch einen schönen Gitarrenriff Und wir haben jetzt im Prinzip unsere eigene Musik gemacht für das Level Geil, oder? Ja, absolut Und der Gitarrenriff, wie siehst, passt sich ein bisschen an dem Beat an Supergeil Das ist wirklich der Hammer Ich bin froh, dass ich jetzt hier nicht Rockstar spielen musste Hammer, oder? Ey, supergeiles Feature Hey, schau Das Spotlight muss für dich sein Äh, nein, danke Komm schon, Mann Du wirst in der Spotlight sein Nein, Cody Ich mag das Spotlight kontrollieren Jetzt komm da hin Okay, okay Ich glaube, es ist meine Zeit, um zu schreien Jees Äh, es ist ein bisschen schmerz in hier Noch in dieser Folge Ah, ich kann dich überlegen Okay Dann wollen wir dich mal Wo wollen wir dich ja nach Äh, kann ich dich mal ein bisschen Licht hier, please? Warte, wir müssen das schon gut koordinieren Wuhu Ich habe dich auf drei, Cody Okay Okay, auf drei, ne? Eins, zwei Drei Oh Dafür kann ich nix Ah Holen wir ihn mal Ups Hey, hey, hey Lights on me Okay Ja Und Ich zähl runter Ja Drei Zwei Eins Go So So, da haben wir ihn Und Drei, zwei, eins Go Oh Ich krieg Schaden, wenn ich nicht im Licht bin Ja, ja Okay, gut Drei, zwei, eins Go Okay Drei, zwei, eins Achso, ich Halt, ich wollte gucken, ob hier links was ist, aber da war nichts Okay Gut, das soll nur, ja, ja, alles klar Darüber jetzt Drei, zwei, eins Go Ja, 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 da hoch, okay Drei, zwei, eins Go Oh, es wird enger Drei, zwei, eins Go Hey, how about all Calculation Da rechts ist Was, ist weiter vorne auch noch was? Nee, ne Nee, da ist nur Lücke Ohje Ich kann ja leider vorher nicht gucken, dann lass ich dich ja im Stich Ja Okay Ja, nochmal vielleicht ganz schnell rüberlinsen Ja, okay Alles klar, weiß ich, wie weit ich springen muss Ja Drei, zwei, eins Go Aha Das, was aktiviert, geht wieder zurück wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das war einmal Aktivierung Achso Dann gehe ich jetzt zurück Oh Ah, ich muss rüber, ich muss rüber, ich muss rüber Okay, okay, dann rennen wir Oh, was? Hey, zwei Lichter? Sind Sie sicher, dass du das hast? Trust me Ich kann es tun Okay Ich kann es tun Ich kann es tun Tja Ben, es tut mir leid, du wirst sterben Ich muss zwei Scheinwerfer koordinieren Ich weiß nicht, ob das sie koordinieren muss, aber vielleicht haben wir jetzt einfach zwei Lichter, zwischen denen ich hin und her laufen kann Sich die übereinander legen, vielleicht Dann werden sie gelb, ist auch schön, ne? Ja Wie soll ich mich denn jetzt wegbekommen? Ach, guck mal, da hinten ist wieder so ein Lichtding Oder ich kann dir anders Ach, ich aktiviere das Ja, guck Okay Okay, siehst du Ja, dann ist ja easy Ich dachte, ich muss die gleichzeitig steuern, das wäre ja schlimm Diese Twin Stick Shooter, ne? Diese sogenannten Ja, oh ja Die könnte ich ja auch gar nicht So, okay Was ist denn, wenn ich das hier wegnehme? Ja, ja, die Brücke ist jetzt gone so Das passt Kannst, kannst du den Scheinwerfer mitnehmen Oh Oho Ich muss jetzt überflitzen Ah Ah, der läuft schon Ich hab ehrlich gesagt gerade auf die Zeit geguckt, weil wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Folge, aber wir machen hier noch weiter Ja, ja Na gut, wir können auch hier Päusche machen Oh, ich kann gar nicht Ich kann da nicht rüber Ja doch, wenn wir weiter vorne sind mit dem Grünen Achso, okay Ja, machen wir Pause Ja, können wir machen Machen wir hier einen schönen Cliffhanger Ich komm trotzdem nicht rüber Ich drück komplett nach links mit dem Ja, vielleicht geht das nicht Vielleicht kannst du nur mit dem Grünen rüber Vielleicht haben die eine gewisse Einschränkung Ach, du Schra- Ach, okay Ja, das machen wir beim nächsten Mal tatsächlich Okay, dann Sind wir mal an der Stelle raus Sehr cooles Level Tatsächlich muss ich dir ja komplett recht geben Und wer noch andere coole Sachen sehen will Der guckt bei Ben vorbei, wie immer Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt Und wir Ehrlich gesagt Wir machen ja hier gleich weiter Bei diesem tollen Level Aber ihr müsst zwei Tage warten Bei mir oder so Joa Pech gehabt, ne Wenn man nicht selber Let's Player ist Oder nicht selber spielt Sondern nur zuguckt Edgy Badge Gut Also liebe Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis dahin Ciao